Moin Leute, ich bin Vincent Weiß und hier kommt das Elemente-Quiz. Oha, ähm, 185 kmh. Meistens ist das so zwischen 132 und 134,5 kmh. Windstärke Stufe 12, das sind 120, 118 kmh. 300 Grad? 400 Grad? Muss ich schätzen, 2116 Grad. Also auf jeden Fall 500 Grad. 9500. Mehr als man denkt, so viel kann ich schon mal sagen. Eine Million. Es können tatsächlich bis zu 230 unterschiedliche Lebenswesen in einer Handvoll Erde existieren. Das kommt knapp. Bei Schätzfragen, mich fragen. Mich nicht fragen. Vincent Weiß ist nicht. Ich muss ich jetztiniere Mal. Not to. Tschüss. Tja.